Nach vielen intensiven Trainingseinheiten war es wichtig für die Jungs mal eine kleine Abwechslung mit reinzubringen. Von daher die Überraschung hier heute, ein Team-Event zu veranstalten, soll eine Teambuilding-Maßnahme sein. Es ist wichtig, dass die Jungs hier zusammen nach Lösungen suchen. Wir bauen jetzt hier zwei Flöße und werden damit ein kleines Wettrennen hier auf dem See machen. Und ich denke, dass es eine passende Abwechslung zum Trainingsalltag ist. Ich glaube, wenn man sich unsere Gruppe anguckt, sieht man, wie viel Spaß wir haben. Mit so Vögeln wie Kevin Freiberger. Bei Nick muss ich jetzt aufpassen, weil er jetzt offiziell im Trainer starb. Mit dem macht es auch viel Spaß. Jeder hat so die ein oder andere Aufgabe mit seinen Fähigkeiten, wo er ganz gut reinpasst. Bis jetzt macht es Bock. Es ist wichtig, dass die Jungs sich auf dem Platz unterstützen und zusammenarbeiten und sich jeder bestmöglich auch einbringt auf dem Platz. Und genauso ist es hier auch. Es ist wichtig, dass sich jeder hier einbringt. Zusammen nach Lösungen gesucht wird. Auf dem Platz ist es auch wichtig, gemeinsam Lösungen zu finden von Woche zu Woche. Und hier ist es jetzt auch. Es gibt keine Anbauanleitung. Von daher ist die Kreativität der Jungs ein wenig bestagt, um hier gleich ans Ziel zu kommen. Klub-TV wurde Ihnen präsentiert von Penta Hotel. Ihrem Hotel-Erlebnis auf dem Platz. dem Schlossberg in Chemnitz.